In diesem Video wollen wir Sie auf einige Angebote aufmerksam machen. Tatsächlich gibt es aber sehr viele Angebote von OER und Möglichkeiten, danach zu suchen. Creative Commons hat mit OpenVerse eine Suchfunktion über ausgewählte Bilder und Audio-Repositorien zur Verfügung gestellt. Sie können rechts auswählen, welche Lizenzen die von Ihnen gesuchten Bilder oder Audiodateien haben sollen. Unter Ihren Funden sehen Sie deutlich markiert, wie Sie lizenziert sind. Sie können auch gleich die Angaben zur Lizenz herauskopieren, wenn Sie die Ressource nutzen möchten. Sicher kennen Sie Wikipedia, die weltweite Online-Enzyklopädie in vielen Sprachen. Das Angebot steht unter CC BYSA zur Verfügung. Kursunterlagen oder Arbeitsblätter lassen sich leicht daraus erstellen. Zu den Angeboten der Wikimedia Foundation gehören ebenso eine Sammlung von offen lizenzierten Bildern, Videos und Audios. Sie heißt Wikimedia Commons. Im Projekt Wikibooks werden Bücher mit Hilfe von Wikitechnologie gemeinsam beschrieben. Bei Wikiversity dreht es sich um Lehrmaterialien für Hochschulen. Gerade im Hochschulbereich sind wohl häufig auch Texte und Publikationen hilfreiche Quellen für OER. Auch dazu gibt es mehrere Suchangebote. OER können Sie auch mit Hilfe der Websites entdecken, die Sie vermutlich bereits nutzen. So gibt es bei YouTube Videos unter offener Lizenz oder bei Flickrfotos und Illustrationen unter offener Lizenz. Natürlich gibt es auch viele Angebote, die es nur in einer Sprache gibt oder sich auf spezielle Themen oder auch Länder beziehen. Das können zum einen Sammlungen sein, aber auch Suchmaschinen. Auch die Plattform, auf der Sie diesen Kurs besuchen, ist eine OER-Plattform. Alle Kurse haben eine CC-Lizenz und die meisten Anbieter und Anbieterinnen haben sich für eine offene Lizenz entschieden. Sie sehen also, es gibt wirklich vieles zu entdecken und ich möchte Sie jetzt gar nicht mehr länger aufhalten, die Suche zu beginnen.